Hallo Leute und Leute, willkommen zu einem neuen Travel Vlog und zwar heute nach Marbella, also wir fliegen morgen nach Marbella, wir müssen um vier aufstehen, ja, wir fliegen erst nach Frankfurt und von Frankfurt dann nach Malaga, das ist der Flughafen Marbella und tschüss. So, jetzt spielen wir noch ein bisschen Basketball. So, jetzt fahren wir los, ich habe gecheckt, ich musste um vier aufstehen. So, jetzt fahren wir los. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dann passiert auf einmal das. Der Becher fällt hier nach hinten. Jetzt liegt der da. Und 50 Cent. Wie fanden Sie den Flug? Gut. Du? Auch gut. Ich fand ihn auch gut. Wie fandest du den Flug? Gut. Super. So. So. Wir parken. Also der Leihwagen ist bei 118. Und vorhin wollte er uns noch ein Porsche andrehen und noch irgendein Auto. Der hier. Aber nicht. Da passt nicht alles rein. Der hier. So. So. Jetzt sind wir hier. Die fünf Koffer passen nicht in dieses Auto. Und jetzt upgraden wir auf da hinten einen Mercedes Bus. Und jetzt suchen wir Anton. Wir suchen jetzt Anton. Also das wäre das Auto gewesen. Und jetzt suchen wir Anton. So. Anton ist da. Da ist Anton. Anton. Jetzt sind wir in dem Auto. Anton sitzt gerade hinten. Ich sitze hier. Papa ist da vorne. Super. Wie geht es dir da hinten? Geil. Und hier ist viel Spaß. Das ist Fiona. Und Mama ist da ganz gut. Die kommt gleich. Ab jetzt einfach nur noch. Kuss. Fertig. Hammer. Fertig? I got my head out of the sunroof. I'm blasting my favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You making me feel brand new. You more than a sun shine in my eyes. Oder Anton? Hm? Schön. 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 Wir sind jetzt angekommen. Hier ein kleiner Teaser vom Haus. Und die Wunschung kommt irgendwann anders. Also die kommt heute dann auch noch online. Und ciao auf jeden Fall.